GZSZ-Star Ulrike Frank kennen wir in ihrer Rolle als taffe Geschäftsfrau Katrin Flemming eigentlich eher zugeknöpft. Doch auf ihrem Instagram-Channel zeigt sich die Schauspielerin nun von einer neuen Seite und begeistert damit ihre Fans. Auf ihrem neuesten Foto trägt Ulrike lediglich einen schwarzen Blazer. Ihr tiefer Ausschnitt reicht dabei fast bis zum Bauchnabel. Absoluter Blickfang auf dem Bild ist ihre funkelnde Kette und ihr Haar trägt Ulrike lässig und leicht gewählt. So haben wir die Schauspielerin lange nicht gesehen. Zuletzt zeigte sie sich so freizügig, als sie sich 2014 für das Männermagazin Playboy ablichten ließ. Von diesem neuen Schnappschuss zeigen sich Ulrikes Fans begeistert. Sie feiern die 52-Jährige für ihre selbstbewusste Art und ihren Sexappeal.